Liebe Tower Gemeinde, heute stehen wir hier, um Abschied zu nehmen. Die Wurst hat uns am 7. Januar diesen Jahres verlassen. Der Schmerz des Verlustes ist schwer zu tragen und unsere Herzen sind schwer vertraut. Die Wurst hat nicht nur Karten gespielt, sondern sie hat unsere Einsamkeit mit Humor und Gemeinschaft geführt. Die Wurst hatte nicht nur eine Leidenschaft für Poker, sondern auch für den Käsetiger. In ihrem Screams hat sie oft mit Augenzwinkern und einem Lächeln im Gesicht jene Videos des Kädetigers mit uns geteilt. In den Höhen und Tiefen ihrer Twitch-Reise halte oft der Ausruf kaputt in den Chat wieder. Die Wurst hinterlässt nicht nur Karo, mit der sie wundervolle Momente auf dem River teilt. Nein, auch Hey Hansen steht jetzt hier allein ohne die wichtigen Ratschläge der Wurst. Möge die Erinnerung an die Wurst in schwierigen Zeiten Trost spenden und uns in schönen Zeiten ein Lächeln aus dem Licht sagen. Möge die Wurst im Frieden ruhen und ihre unvergesslichen Eigenschaften weiterhin in unseren Erinnerungen und unseren Geschichten leben. Lebe wohl, liebe Wurst, du wirst schmerzlich vermisst, aber deine Spuren werden für immer in unserer Gemeinschaft. Achtung abenteuer, liebe Wurst, Strom und Tiefen von Hause und Tiefen von Hause für eurer Fertigungen und Tiefen von Hause. In ihrem Geist im Frieden. Vielen Dank.